ich schenk dir erstmal einen drink ein wie war das noch mit dem weißt du wir reden später gut ist es nicht alles weg ich glaube ich werde die aus wiederholen die aufs klo und ziehe dreimal ab scheint auf den ersten blick vielleicht nicht sehr sinnvoll aber das trifft schließlich auch auf ms machenschaften zu oder etwa nicht ich habe dir nichts mehr zu sagen es scheint aber wohl noch eine andere möglichkeit zu geben jetzt ist es halt hier grün weiß nicht so genau der mann muss es echt wieder prasserte haben so oft wie der schlur gegangen ist ein kühlhaus wie bin ich körper an fleischhaken du bastard was hast du getan gibt es aber sonst außer rindfleisch etna und glühmüß ich nichts was ich hier sonst nutzen könnte ätna wie bist du darauf gekommen der chinese hat mich ja aufgehängt korrester lass mich runter ich muss die weißt du wie man du warst doch mal erst nein sieht aus als war du hast glühne glühne ist was ich war ok gut zu sehen warte mal ich habe dir nichts mehr zu sagen weil ich vielleicht gucken sollte was passiert wenn ich erst wenn ich erst sage ok ich hole dich runter weil ich jetzt nicht weiß ob das wirklich so einen unterschied macht wir reden also ihm kann ich jetzt nicht sagen dass ich die gefunden habe ich habe etna und glännis gefunden und wie soll mir das nun bei meiner flucht helfen solche informationen haben natürlich ihren preis aber ich sehe schon du bist wirklich nicht in der lage zu feilschen ich biete dir einen handel an dein herz für etna's ich habe dir nichts mehr zu sagen ich habe ja keins mehr ich habe immer noch ein schluss ich habe immer noch ein schluss Wir sind in der Nähe irgendeiner Spelunke gelandet. Hm. Gibt es denn noch hier irgendetwas, das ich tun könnte? Hier muss es rausgehen, die Leiter für... Was? Alter, benutzt es doch. Kann ich denn hier irgendwo noch woanders hingehen? Nö. Kann ich... doch Reifen jetzt aufschlitzen? Ja. Ja. Die Fenster sind alle... das kann ich nachvollziehen. Ja. Dieses Herz gehört mir. Wups. Ähm... Ich dachte jetzt nicht, dass das funktioniert. Und mein Grün ist weg. Ähm... Ich würde eigentlich ganz gerne... ich hätte es speichern sollen, ne. Ich würde eigentlich ganz gerne den guten Weg... Oh, was war denn das jetzt? Hier den guten Weg beschreiten? Habe ich mit dem schon geredet, ja. Wir reden... Also in diesem... Play... Through... Aber gut. Äh... Wir wissen jetzt... Nein, ich möchte nicht mit der Tür reden. Wir wissen jetzt... Wir wissen jetzt Bescheid. Wir müssen jetzt halt die ganzen Dialoge mit ihm nochmal durchgehen. Was... Nein... Lass... Na... Und dann nochmal mit Edna kurz, da können wir es ja nochmal ausprobieren. Nein... Warum... Ich sollte wirklich öfters speichern. Wir müssen... Ach... Ja... Nach... Jetzt... Na... Wok... Hier... Da... Frei... Dieser... Hör... Und... Was... Ich... Ah... Geh aufs... Ach... Ich hätte ihm auch... Scheinbar Henrys Herz geben können. Wiederhol... Hier... Ich hab dir nichts mehr zu... Gut, da speichern wir jetzt auf jeden Fall. Harry, sie... Da... Wir reden später... Nee... Dann gehen wir jetzt nochmal aufs Klo, weil der hat ja so eine Babyblase. Da muss man auch öfters mal aufs Klo gehen. Vielen... Ne... Ein Kühlhaar... So... Äh... Hör mal mit Edna rein... Ne... 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 Kna... Ne... Erste... Chineser... Wab... Eee... Warum helfen? Zeppelin, Hilfe, Zeppelin, Zeppelin. Okay, das macht keinen Unterschied. Ich kann jetzt aber auch... ...speichern. Es war natürlich die Frage... ...ob ich überhaupt eine andere Möglichkeit habe. Ähm, als mir von Henry das Herz zu holen... ...weil... der Schakal will eins und ich habe hier leider keins... ...keins mehr. Ich muss mir die Schaufel noch holen. Ich habe Edna... ...solche Infos... ...dein Herz... ...dein Herz für Edna's... ...ich hab dir nichts mehr zu sagen. Hm... ...ein Schaufel... ...pass auf... ...ich würde gern wissen, wo die ganzen Leichen ver... ...da könnte ich dann vermutlich Henry übergraben, wa? Wüste, 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 Wüste... ...würde ich das tun sollen? Du strapazierst meine Geduld bis an ihre Grenzen, Chorister. Zurück mit dir! Zurück ins Feuer! Bis du meine Intrigen durchschaust! Wer von euch... Ach, wirklich! Gott, ist das nervig! Vor allem, wenn das Spiel mir ständig abschmiert. Wenn ich laden will. Äh... Warum kann ich nicht eigentlich von Anfang an aussuchen, ob ich was laden möchte, wenn ich... ...dings oder... ...das ist vermutlich halt DOS Box. Es geht wohl nicht anders. Ähm... Ah, das wollte ich nicht. Das ist dann noch mit dem Toilettenwitz. Ähm... Ich habe solche Infos, dein Herr. Ich habe... ...Speicher. Äh... ...die Schaufel nehmen wir noch mit. Nein. Nein. Hoffnung. Kann ich. Ich weiß nicht, was ich damit machen kann. Okay, kann ich nicht. Immer noch Toilettenwitze. Immer noch Toilettenwitze. Immer noch Toilettenwitze. Wir reden später weiter. Hm... Das ist ein bisschen nervig, dass ich das jedes Mal dreimal machen muss. Achso, nein. Oh, okay. Ich habe nichts gesagt. Warum war ich der Meinung, ich müsste das auch immer dreimal machen können? Kann ich jetzt vielleicht? Nein. Ich habe dir nichts mehr zu sagen. Ich würde... Hm. Das ist Edna. Nein. Schwiermutter. Das ist... Glynis. Glynis. Das ist nicht vorgesehen, dass ich das tue. Kann das sein. Tatsache. Oh. Du könntest ja jetzt über die Rübe ziehen. Winnverschkönnis Edna. Winnverschkönnis Edna. Winnverschkönnis Edna. Winnverschkönnis Edna. Hier ist sonst nichts. Außer noch eine Tür. Außer. Auf ne? Hast du? Wer von euch ist da? Also irgendwie mag DOS Box heute nicht so, weil sie jedes Mal abschmiert, wenn ich lade. Ähm, was könnte ich da noch tun? Was könnte ich da noch tun? Der Tarkal will mein Herz, das ich nicht mehr habe. Was mir tatsächlich einfällt, ist das von Henry. Aber dann bin ich nicht mehr grün, das heißt, es müsste noch eine andere Möglichkeit geben. Ich habe seine Flüssigkeit. Toilettenwitze? Und langsam keine Lust mehr. Das ist echt ein bisschen lov alles. Hm. Was ist denn dieses Kruste jetzt? Nein! Ich kann kein... Ja, deswegen muss ich es auch zweimal sagen, das. Das ist schon okay so. Ich kann kein... Das... Das... Ich will... 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 Ich sollte das nicht einfach so kommentarlos weggeben. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... nachgucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ich dachte, das ist der Abfluss. Oh, ernsthaft? Warum ist das Zeug so versteckt? Ich wollte es nicht benutzen, ich wollte das daneben. Was soll ich jetzt damit? Eine Lupe... Hier gibt's nichts Besonderes zu sehen. Hier gibt's nichts Besonderes. Hier gibt's nichts Besonderes zu sehen. Ach, dann gehen wir mal zu Edna. Wir gehen zu Edna. Hier gibt's nichts Besonderes. Hier gibt's nichts Besonderes. Vielen Dank.